hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video auf rohkorti wir spielen heute lucy ball und mit dabei sind kai und maddin wie immer ahoy hoy und das spiel läuft ja cool oh warte mal hey warum kämpnen alle im tor heute zeige ich euch wie man gold erbaut heute zeige ich wie man in overwatch ein tor schießt ja vor allem du kai ohne mich hätte der somatisch bei der schrumpf verloren aber ich verstehe warum die mal so tor kämpfen ja 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 ich sag einfach mal gar nicht zu außer tor hat wechsel jetzt einfach durch mein kopf geflogen hier guck ja der ist halt durch mich durch geflogen tor wechsel los tschüss irgendwie guck mal die machen ja nichts wir gehen da gehen das heißt er geht ja machen hier kommt nach vorne einfach nur über die rüber spielen mit der ulti heißt hohen ball und dann zack über die rüber und wir schubsen sie einfach weg und so ja mal den fährte die ja die aber keine mit dem rechtstieg kann man einfach schon weil taktik ja aber das ist doch kein fair play egal im krieg ist alles erlaubt wird erst mal den und bei olympia und bei olympia hat keiner gesehen gestanden hätte der wäre locker da war keiner dass sie irgendwie nur alleine spielen erst nur einer hier ne das ist schon ein bisschen peinlich gerade obwohl der kann gar nicht schlecht nach vorne und dann ja okay aber auch mit viel glück mit viel glück ins untere eck ganz knapp unverdient tor hat wechsel da vorne kam wieder so ich glaube die die hecken alle regler auf anschlag martin was machst du eigentlich da vorne martin irgendwie ist das nicht ganz schwer ich mache einen auf abstauber dann staub jetzt mal ab ja los was alter ist einfach nicht dein ernst man ist das scheiße wenn die zu dritt im tor stehen man kann nichts machen ja man die macht ja auch nichts das ist jetzt zwei gegen eins gerade zwei gegen eins ja oder was machst du da vorne ich denke zwei gegner ab hast du schon irgendwie einmal den ball getroffen ja wann früh genug kalt auf jeden fall mal den ball erst mal drüberlich mit dem ball man das ist so dumm die ulti ready sehr gut ich auch jetzt 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 okay jawoll gutes ding endlich 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 mal der anschluss treffer das was man ihn seit drei minuten versucht vorne schafft kai beim ersten mal gleich ich hab ja keine ulti was machst du dann da vorne eine auf dem abstauber war ich sag dir was wenn man die gegner wegschubst werden ein ball hallo vorkommen du hast doch heute gehen du mal nach vorne ja wer geht dann ins tor ich ach so ja okay wir müssen das echt erst mal reißen alter gegen einen ghost gegner das erste mal mit der ulti jetzt mal von oben angucken ja das war schon toll das war schon jetzt müssen wir uns echt zusammenreißen das ist kein toll mehr reinkommt also jetzt zusammen gut spielen okay ich geh ins tor ich renne nach vorne auf geht's ich daffe ein bisschen so parade easy das geht dem verlängerung können glaube ich auch oh nein es war auf cooldown man hat das eigentlich so lange sechs sekunden ist viel zu viel diese drecks ulti immer so du schreibst nicht im old chat also ich kann meine ulti nicht einsetzen Martin müsste komm lass uns einfach riskieren alter alles riskieren der geht nach vorne hallo jetzt kommen sie aus dem käfig raus oh scheiße man ja das war's das war's das war's boah ich hätte machen können vorne da da der kam irgendwie mir zuvor oder so noobs was will er eigentlich er ist nicht mal hier on fire der bob wie kann man hier schreiben auf enter z na z bestimmt gar nicht das ist noch mit c keine ahnung aber man kann man nicht hier erstmal report ich die melden so belästigung direkt erstmal gemeldet achso deine mutter ist blöd so jetzt habe ich sie aber gegeben so erstmal abwarten deine leere mutter ist blöd wieder das Spiel deine leere mutter deine mutter ist blöd so gleich ausgeteilt und lootbox yes ok das wird ne special Folge du verteierst mehr beef als ne Metzgerei ne klappe jetzt schlicht so jetzt hängen wir noch ein case opening hinten ran oder das wollen wir noch alle sehen nochmal hier die letzte sommerspiele lootbox und dann geht es los so lootbox öffnen und ja was pinkes oh mcree skin american oh american mcree ausrüsten roto ha 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 oh bastion skin morgenröte der ist doch pink ok egal ausrüsten und lucio das habe ich glaube ich schon oder ne habe ich nicht ausrüsten boah nice das ist doch schön nur leider kann ich mcqueeny spielen so dann danke fürs zuschauen bewertet das video und dann sehen wir uns beim nächsten mal haut rein peace tschüss Bis zum nächsten Mal.